Hey liebe Studis, herzlich willkommen zur fünften und letzten Folge von What The Fuck Is Happening für dieses Semester. Wie in den letzten Wochen werden Matteo und ich euch auch heute wieder von den neuesten Themen rund um die Hochschule und Gapping berichten. Beginnen wir mit den nächsten Terminen rund um die Hochschule. Diesen Mittwoch am 21.06. findet um 18 Uhr im Rahmen der Nachhaltigkeitswoche eine Talkshow zum Thema Umwelt- und Naturschutz am Campus Göppingen im Foyer von Gebäude Vierstadt. Dazu wird auch parallel ein Livestream über YouTube zur Verfügung gestellt. Interessierte dürfen an diesem Tag gerne die Talkshow in Präsenz oder online verfolgen. Vom 19.06. bis zum 4.07. habt ihr die Möglichkeit, euch für das Wintersemester 23-24 über das LSF zurückzumelden. Ein E-Mail diesbezüglich wird noch folgen. Parallel dazu beginnt die Prüfungsphase ab dem 3.07. Hierfür wünschen wir allen Studierenden viel Erfolg und gutes Gelingen. Um das Ende des Semesters zu feiern, laden wir euch am Freitag, den 14.07. zur Semester-Closing-Party im Tresor am Weberpark ein. Diese findet ab 20 Uhr statt. Das war es auch schon mit der Folge für dieses Semester. Wir bedanken uns herzlich bei allen Zuschauern und hoffen, dass im nächsten Semester weitere Episoden folgen werden und verabschieden uns mit den Worten What the fuck is happening?